Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video kannst du lernen, wie du die App Google Earth auf dem iPad bedienen kannst. Das geht ganz leicht und ist schnell erklärt. Zunächst öffnen wir die App Google Earth und sehen nun hier diese schöne Erdkugel vor uns. Wenn du nun einen Finger nimmst, antippst und festhältst, kannst du mit einer Bewegung des Fingers die Erdkugel so hindrehen, wie du sie gerne sehen möchtest. Hier zum Beispiel Australien oder Afrika oder Europa. Wenn ich jetzt zwei Finger nehme und beide gleichzeitig auftippe, kann ich die Erde auch drehen. Ja, so drehen. Und wenn ich die Finger auseinanderziehe, kann ich näher ran. Wenn ich sie zusammenschiebe, kann ich weiter weg. Näher ran, weiter weg. Ich sehe hier rechts unten verschiedene Symbole und unter anderem eine Kompassnadel. Wenn ich jetzt gedreht habe, kann es sein, dass manche Länder und Kontinente ganz ungewohnt aussehen. Normalerweise ist zum Beispiel in einem Atlas nämlich Norden immer oben. Das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich es verdreht habe. Mit einem Tipp auf diesen Kompass kann ich wieder die Karte so drehen, dass Norden oben ist. Dann sieht Europa zum Beispiel wieder so aus, wie ich es gewohnt bin. Jetzt möchte ich also zum Beispiel näher ran zoomen, zum Beispiel an Freiburg. Dann kann ich immer weiter die Finger auseinanderziehen. Dann wird es immer näher. Mit einem Finger wieder bewegen. Und wenn ich noch näher ran gehe, dann wird die nächste Ebene des Bildes geladen. Dann wird das Bild wieder scharf und klarer. Und so kann ich also bis ganz nah heran zoomen. Selbst Dinge, die auf einer Straße sichtbar sind, zum Beispiel hier parkende Autos, kann ich so sehen. Jetzt schaue ich bisher von oben senkrecht auf diese Stadt. Ich kann das Ganze aber auch schräg anschauen, indem ich hier unten auf diesen Button 3D tippe. Dann dreht sich das Ganze in eine Schrägansicht und fängt an sich zu drehen. Mit zwei Fingern kann ich das Drehen beenden. Und wenn ich selber wieder mit meinen zwei Fingern drehe, kann ich die Ansicht so hindrehen, wie ich sie gerne hätte. Du siehst, dass man jetzt also hier sogar die Häuser in einer schrägen Ansicht sehen kann. Ein Finger bewegt wieder, zwei Finger drehen, kann ich auch das Bild drehen. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel hier die 3 Samen. Ich kann das also so hindrehen, dass ich die 3 Samen hoch gucken kann. Und jetzt kommt die letzte wichtige Bedienungsgeste, zwei Finger gleichzeitig. Ich nehme immer Ringfinger und Mittelfinger, weil die sehr nah beieinander sind. Und wenn ich die beiden nach oben schiebe, dann kann ich die Ansicht schräger machen. Und wenn ich die beiden nach unten ziehe, kann ich die Ansicht senkrechter machen. Jetzt möchte ich also mal hier die 3 Samen hoch schauen Richtung Schwarzwald. Und schiebe so die beiden Finger nach oben, bis die Ansicht so ist, wie ich sie gerne sehen möchte. Hier das 3 Samen, Ufer und die 3 Samen und im Hintergrund eben der Schwarzwald. Wenn ich wieder ein bisschen weg möchte, ziehe ich die Finger wieder zusammen. Jetzt wird mehr vom Schwarzwald sichtbar. Wenn ich gleichzeitig meine Finger bewege, kann ich auch die Gesamtansicht verändern. Und so kann ich jetzt also hier in Google Earth schön sehen, wie Freiburg hier am Schwarzwaldrand liegt. Die Berge im Hintergrund und so weiter. Und mit diesen Gesten kann ich also Google Earth bedienen. Ein Finger, Ausschnitt verändern. Zwei Finger auseinanderziehen, vergrößern. Zwei Finger zusammenziehen, verkleinern. Zwei Finger drehen, dreht das Bild. Und zwei Finger nah beieinander. Nach oben macht es schräger, nach unten macht es senkrechter. Damit kannst du dich nun also in Google Earth zurechtfinden. Wieder hier Tipp auf die Kompassnadel, zeigt es nach Norden. Und das war es auch schon.